Er ist da und kann den Ball hier klären. Hat jetzt Anspielstationen. Sie machen das Tor. Zwei Tore jetzt die Führung. Aktuell deutet alles darauf hin, dass sie dieses Finale gewinnen. Und da war auch etwas Glück dabei. Der Ball geht erst an die Latte, aber dann eben ran. Ganz entspannte Minen auch am Spiel.